Audi zelebriert die Österreich-Premiere des neuen A3 Cabrio auf der Viener Autoshow 2014. Das nunmehr 4,42 Meter lange Modell verfügt über ein Stoffverdeck, das laut Hersteller in 17 Sekunden öffnet und in 18 Sekunden schließt. Gegen Aufpreis sorgt ein Akustikverdeck mit dickerem Innenschaum für einen besonders niedrigen Geräuschpegel. Zur Markteinführung werden zwei Benziner mit 140 und 180 PS sowie ein TDI mit 150 PS angeboten. Preise ab 31.950 Euro.